Ich sag's wie es ist, wenn jetzt die 9 kommt, dann gehört das Casino mir. Wunderbar. Alexander. Du hier. Du kommst aus Baden-Baden, ne? Ich komme aus Baden-Baden. Ich bin richtig ein Baden-Badener Mädel. Und du zeigst mir das jetzt einmal? Dein Baden-Baden? Ja. Und fährst du immer mit der Kutsche durch Baden-Baden? Ich bin schon immer mit der Kutsche auch in die Schule gefahren. Nicht. Nein. Du kommst oft noch in deine Heimat zurück. Du wohnst ja hier nicht mehr Fulltime. Ja, ich komme sehr gerne zurück zum Auftanken. Ich lebe in Berlin und da muss man schon ein paar Schritte mehr gehen, um das Grün genießen zu können. Wenn du jetzt Freunden aus Berlin zeigen sollst oder willst, wie schön Baden-Baden ist, was sind die Top 3 Sachen, die du machst? Auf jeden Fall sofort auf den Merkur-Hoch. Auf den Merkur-Hoch? Auf den Merkur-Hoch. Da hast du einen Blick bis ins Elsass. Manchmal sieht man sogar das Straßburger Münster. Behaupte ich immer. Ich habe es persönlich noch nie gesehen. Ich würde sagen natürlich auch das Casino. Ich bin jetzt keine Spielerin, aber das Casino ist wirklich das Schönste der Welt. Ist einfach so. Zweite. Wir wollen einmal ins Casino. Und was ist das Dritte? Das wundervolle Frieder-Burder-Museum, welches uns Frieder-Burder vor vielen Jahren schenkte. Und da wird jetzt gerade eine neue Ausstellung vorbereitet. Die hat am 14. Juli Premiere, wenn man so schön sagt. Alexandra, vielen Dank, dass du mir Baden-Baden gezeigt hast. Was muss ich jetzt noch machen? Soll ich ins Casino gehen? Soll ich mir einen Ausblick anschauen oder sowas? Ausblick auf jeden Fall und ins Casino. Und setze auf Doppelzahl. Mach ich. Ich setze mein ganzes Geld auf eine Doppelzahl. Viel Spaß bei uns im Süden. Großartig. Schön, dass du bei uns bist. Badisch ist schön. Schon schön. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Ich bin Paul. Hallo Paul. Ich bin Stefan. Stefan. Du erklärst mir jetzt mal wie Blackjack. Was spielen wir hier? Wir spielen Roulette hier. Blackjack sind wir am falschen Tisch. Und ich darf Groupier. Du bist Groupier hier? Ich bin Groupier seit 25 Jahren hier in Baden-Baden. Okay. Darf ich das mal so ein bisschen lernen? Zumindest ausprobieren. Ich versuche es dir zu zeigen. Okay. Kein Problem. Wo steht, sitzt, liegt der Groupier? An diesem Tisch würdest du jetzt hier mal Platz nehmen. Weil hier ist auch der Ort, wo du die Kugel abdrehen wirst. Perfekt. Ausbaufähig, würde ich sagen, junger Mann. Ich habe zwei, drei Freunde eingeladen. Ja. Und wir können ja eine Runde, würde ich gerne mal spielen, damit ich halbwegs das richtig hinkriege. Selbstverständlich. Herzlich willkommen. Bitte keine privaten Fragen. Wir kennen uns immer nicht. Setzen Sie sich gerne. Herzlich willkommen im Casino Baden-Baden. So, meine Damen und Herren, bitte nehmen, bitte spielen. Setzen Sie das Spiel, bitte. Nein, bitte machen Sie Ihre Einsätze. Spielet auf. Wunderbar. Eine gute Geschwindigkeit. Nichts geht mehr. Wunderbar. 13 schwarz. Wo ist die 13 hier? Erstmal 10 Applaus. Machen Sie den. Geht gut? Das ist auch nicht lustig. Nein. Na gut. Gib, gib. Aber du machst das Rückkehr. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast definitiv einen Espresso gewonnen. Passiert das oft, dass jemand in seiner ersten Runde Roulette des Tages sofort ... Anfängerglück. Anfängerglück. Anfängerglück ist absolut ausgeprägt. Okay, dann setze ich jetzt alles von mir. Das ist mein Lifesaving. Wunderbar. Ich war bei der Bank. 45.000 Euro und dann packe ich jetzt noch die anderen auch drauf. Ich sag's wie es ist. Absolut. Wenn jetzt die 9 kommt, dann gehört das Casino mir. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass wir das machen wollten. Gerne. Das ist großartig. Stets zu diensten. Jetzt Achtung. Und jetzt? Jetzt. Andersrum. Andersrum. Ich dachte, für eine zehntel Sekunde ist das passiert. Ich dachte, die wäre schon drin. Vielen Dank, dass ich es hier so anschauen durfte. Spaß gemacht. Ich komme wieder, wenn ich ein bisschen geübt habe mit den Chips. Sehr gerne. Jederzeit. Ich stehe als Lehrer zur Verfügung. Super. Vielen Dank. gerne. Bis zum nächsten Mal. Oh, Flammkuchen Elsässer Art, der klassische Flammkuchen, mein Leibgericht. So lässt sich's lebe. So lässt sich's lebe.